Eine private Hochschule, zwei Studentinnen, fünf Mythen. Anna und Abrescha studieren BWL im sechsten Semester an der Staatlichen Hochschule München. Sie machen für uns den Mythen-Check private Hochschule. Klar, die Privat-Unis sind extrem verschieden. Der Test auf der Makromedia ist nicht repräsentativ, sondern nur eine individuelle Stichprobe. Aber nun geht's los. Mythos 1. Die Lehre an privaten Hochschulen ist besser. Die Veranstaltung ist auf Englisch. Die Studie sehr international. Titel des Kurses Design for Real. Eine Standard-Powerpoint sieht jedenfalls anders aus. Hier geht es gerade um Virtual Reality. Präsentationen direkt für den Kunden. Auch ein Vorteil der privaten Hochschulen, der direkte Kontakt mit der Wirtschaft. Und so kann hier ein Handout aussehen. Die Präsentationen waren echt Wahnsinn. Also, it was really awesome and nice to see how you do this here. Und in der Pause probieren die beiden eine Virtual Reality-Brille aus. Manegefrei für den virtuellen Zirkus. Da geht voll was los. Hinter sich. Oh mein Gott. Sie müssen dann ein bisschen hochwinterseitig. Ei, ei, ei. Das ist ja witzig. Oh Gott. Also, es war Wahnsinn. Überragend. Es war über meine Erwartungen. Und dann auch der Kunde dabei. Also, total Praxisbezug. Wahnsinn. Sehr gut. Neidisch. Da bleibt den beiden nur ein Fazit. Mythos Top-Lehre stimmt. Der Schlüssel, auf einen Professor kommen weniger Studenten. In Deutschland ist zwar über ein Viertel aller Hochschulen privat, aber nur 7% aller Studis studieren dort. Mythos Nummer 2. Die bessere technische Ausstattung. Computer gibt es ja, das ist schon mal wichtig. Viele Computer. Also immer ein Arbeitsplatz. Schaut ja super aus. Da haben die praktisch alles, was man braucht. Das sind einfach schöne Räume hier, wo man auch in Gruppen zusammensitzen kann. Und auch die Software hier nutzen kann, die man dann bräuchte. Und darüber hinaus hat er noch mehr. Das gibt es bei uns in dem Sinne so gar nichts. Und das WLAN? Perfekt. Also da sind sie schon gut ausgerichtet. Also Mythos gute Ausstattung belegt. Top-Lehre gute Ausstattung. Die gibt es nicht geschenkt. Ein Studium an einer privaten Hochschule kostet im Schnitt zwischen 4.000 und 11.000 Euro im Jahr. Wer kann sich so was leisten? Wir kommen zu Mythos 3. An privaten Hochschulen studieren nur reiche, arrogante Schnösel. Was die hier wohl hinblättern? So ungefähr 5.000 im Semester. Und wie finanziert ihr das? Also sind ihr nebenbei arbeiten noch? Genau, also ich gehe nebenbei noch arbeiten. Und habe dann aber noch 2 Kredite aufgenommen. Ich kriege BAföG. Das ist das eine. Zum anderen mein Vater unterstützt. Und kräftig. Einige haben auch Stipendien ergattert. Reich sind hier jedenfalls nicht alle. Und was ist mit arrogantem und elitärem Gehabe? Also jetzt müssen wir mal schauen, ob die wirklich hier alle so schnöselig sind. Nein, kein Schnösel. Hier nicht, hier hinten auch nicht. Also es könnten jetzt auch Studenten bei uns an der Hochschule sein, die hier sitzen. Nach mehreren Stunden Feldforschung sind sich Anna und Abrescher einig. Nein, der Schnösel-Mythos stimmt nicht. Mythos 4. Hier speisen die Studis in exquisiten Sternemensen. Ja, was zum Essen wäre gar nicht so schlecht jetzt. Und das ist die exquisite Mensa. Die Semmeln kosten zwischen 1 und 3 Euro. Und von 9 bis 13 Uhr ist er da. Ach so. Und danach hätten die Studenten gar keine Möglichkeit mehr, hier was zu kaufen, oder? Genau. Viele private Hochschulen sind so klein, dass sich eine eigene Mensa gar nicht lohnt. Der Mythos von der Sternemensa stimmt so definitiv nicht. Okay, lernen kann man hier gut. Aber was geht außerhalb der Seminare? Mythos 5. An privaten Hochschulen gibt es kein Studentenleben. Wir wollten euch mal fragen, wie ihr denn euer Campusleben hier so gestaltet. Also was ihr nach der Uni so macht? Heimgehen. Heimgehen. Ja, ist leider nicht so viel geboten. Nach der Uni bleiben wir oft noch da und arbeiten an unseren Projekten noch ein bisschen. Okay. Also jetzt so direkt von der Uni wird jetzt nichts unbedingt angeboten. Nee, leider nichts angeboten. Okay. Also, lernen top, leben so la la. Mythos stimmt. Leider. Und das Fazit? Ja, also die Lehre ist schon gut. Die haben halt echt total engen Kontakt zu ihren Professoren, die Studenten. Aber das Ganze hat halt auch so einen Preis und das kostet halt schon einige. Ja, vor allem das Hochschulleben leidet halt auch drunter und das muss halt jeder für sich selber wissen. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017